Hallo schon. Gut, nice. Ich wunst, ich wunst, ich wunst. Gott dammit. Enttrockene Lippe. Darf ich nicht bekommen. Also meine richtige Lippe, sorry. Weiss ich, ich darf nicht machen. Ist lustig, die habe ich noch nie eingesetzt. Die Dinger da. Sechs Dinger hab ich noch. Machen wir Quick Match. Ja, wir haben uns jetzt wahrscheinlich das Update rausgekommen. Das ähm, mit den Dings da. Ähm, Weisst du noch mal gesehen? Ähm, Sab Update Ähm, Void Edge. Ich glaube ich heisst es. Naja. Hoffentlich kann ich nochmal Oregon spielen. Das alte. Bevor das das Rework kommt. Ähm, Ja, Oh, Mehl hat ich sehr. Ja, Ich weiß ich. Ähm, Hallo? Was ist Lata? Lata bitte. Ähm, Äh, da müssen wir dichter liegen, ne? Äh, Audio... Easy Valium... Okay... Oh, die Hände sind schon platziert! Jetzt wollen wir noch mal Protekte! Nice! Ja, ich glaube, dass ich gewonnen habe. No Macra Scott, du sie zählst, oder? Ich habe so eine Diffuser... Nice! Schön gewonnen! Mensch-Person... Mileus... Mabicolo... Zephyrius... Hugs for drugs... WTF... Das Name... Mein Hund hat immer seine Spielzeuge, so... ...neben mir alle. Das ist zwar herzig... ...aber... ...lästiger. Kann man sich immer bewegen. Und man hat immer wegschockt, ob das Zeug sieht. So... Ich würde da mal falsch einmal deaktivieren. Sonst... ...nervt mich da denn. ... 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 Oh mein Gott, mir ist ein. Okay, das ist die Versteuerung, wo ich da habe. Oh, das letzte Engin. Baut an der Ruf. Baut an der Ruf. Okay. Oh ja, das ist ein Nummer. Oh, das ist ein Nummer. Ja, ich ging schreit. Oh, das war ein Nummer. Oh, das war ein Nummer. Das ist ein Nummer. Ja, das ist ein Nummer. Die Valkyrie ist sicher auf Killsuit. Ich habe mir gelang her, dass sie ja 60 gespielt haben, also ein bisschen vermisst. Okay. Wollen wir? Schade. 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 Nice. Ich bin zwar gerade der letzte Runde beigetreten, aber... ...ich war es gut. Schade. ...ah, ein Mischmasch, ja? Mischmasch, ja? Mischmasch, gegen. zwischen normalem und Elite. Aber die Waffe sieht jetzt schon geil aus beim Elite-Dings. Von Ayla. Find another match. Easy. Ich bin voll müde. Obwohl es erst halb neun ist. So, what the fuck? What's wrong? Borda. Ist natürlich auch nice in Map. Mag ich gern. So, äh, dann, ähm, ja, ok, jetzt verlassen zu spielen. Ist doch super. Ähm, zwei Lüpfel ins Spiel. Ich werde immer besser. Ach, unglaublich. Äh, ich bin verschlägt. So wie das Game. Wow. Du kannst spiele Zermatt. Wenn ich immer Zermatt spiele, spiele ich Zermatt. Na, 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 na. Ich habe jetzt auch den Ton noch ein bisschen angepasst. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Von der Lautstärke her und so. Sorry. Probably. So, uh, wo sinds denn? Sinds da unten? No, sinds da unten, oder? No, sinds da unten, oder? Da sind sie auch nicht, sie sind nicht in den Armen, da sind sie in den Tunnel, da sind sie in den Tunnel, oder? Sie sind trotzdem dort, ich habe aber niemandemes Eckler gesehen. Ich weiß nicht, ob man da drauf kann. Müssten wir los probieren, aber nicht jetzt. So, meine Kamera in Sisi Tui steht. Das ist doch nett. Ich finde, sie wollen sich nur nach Hause pitchen. Nein, sie nennen. Okay. Eine Stunde. Da wollen sie auch nicht pitchen. Oh mein Gott. Da haben sie einen Puls. Nein, jetzt nicht. Wir sind in der Gravira. Das wäre doch noch nett. Ganz geil. Jetzt sind die Türen offen. Dann sind sie sogar zugemacht. Okay. Komm schon? Oh. 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 Ich'll auch den Elite Skin. Ja. Ich will den Elite Skin haben. Oh. Ich will den Elite Skin haben. Ich habe den schon mal kaufen, aber wie? Ja. Wenn ich ihn kaufen kann, möchte ich den zu haben. Ah, der Elite-Skin von der Kavira. Ich weiss, geil. I want it. Ah, das war ein 1-G. Zwei Kills gemacht. Ich bin schon fast erwartet, dass der Kavira dort durchkommt. Aber ich denke, noch der andere dort hinten lebt. Aber... Als ich nachher gesehen habe, dass der Kavira noch lebt, dann habe ich gemerkt, das kann ja auch gar nicht sein. Aber ich muss schon sagen, wenn man bei Valley weggehäumelt wird, dann stellen wir sich schon ein bisschen dumm ab. Muss ich nicht ganz ehrlich sagen. Also, ich weiss auch nicht, wieso, dass ich bei Valley weggehäumelt werde, dann bin ich einfach irgendwie komplett brain knife gehauen oder so. Also, ja. Aber eigentlich sollte das ja nicht passieren. Und wehe, ich habe es jetzt jinxed oder predicted. Dann werde ich mich fragen. Okay, sie sind dort. Ähm... Dann würde ich actually sogar von dort kommen. Ja. Das ist der einzige Weg, wenn ich mit dem Thermite dort so Action machen kann. Action, Action. Sonst, ähm... Ja, lohnt sich da nicht. So... Wir sind wieder mal Kavira. Hält die Oberfläche. Wobei sie da sind. Sie sind die Oberfläche, die coordinates nicht gibt. Na, beinahe. Ja, die Oberfläche ist offen. Er ist appar. Okay. Scheiße. Oh mein Gott! Buddy! Wo? Wo? Nein. Oh mein Gott. Ich habe ihn nicht gesehen. 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 Ich schaue mal noch, ob es da nicht durchkommt. Gut, ja da, da zu. Nein! Nice. Junge, der hat viel versisst, what the fuck. Was ist denn da? Iron Pump TV? Was ist denn da gewesen? Iron Pump TV? Ist da, ist da der Kapitan gewesen oder was? Der mich auch geschossen hat, oder? Irgendwas anders. Äh, ich bin der Kapitan. Äh, ich bin der Kapitan. Äh... Äh... Die Waffe. Gut. Dann werden wir es, äh... Ist... Der... Äh... Schiller. Wird nice. Hoffentlich zumindest. Und er wird richtig sacken. Weil, ich mag wirklich keine Kamera, aber... Naja... Achtet mal über die Werbung. Jesus, verpisset euch doch mit Werbung. Und der... Junge, ich hasse Werbung über alles. Was ist denn da denn? Iron Pump. Wer ich da noch nie gehört. Und... Iron Pump. Das ist etwas, was... Ich hab noch nie gehört. good. Was... Aw. You fucking. Ey komm Das war jetzt echt traurig Nein, wobei Da könnte ich doch theoretisch Und dann Machen wir da hinzu Dass wir da nicht den Winkel haben Oh buddy Was macht denn der Wieso tut er da dazukasseln Du dummer Idiot Jetzt will ich komplett rundherum segeln Was haben die Nerven? Ist es nachher wieder raus? Ja Ich hab das Ich hab das Ok, sind dann Okay, da ist überhaupt nichts. Ja, ja, ja. Oh, die sind... Oh! Ah! Ich habe zu viel spät gecheckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso habe ich das so spät gecheckt? Der Dude gesehen. Der Zibana gesehen. Ich habe aber nichts gemacht. Junge, what the... Wer ist denn der Iron Pump? Wer ist das? Iron Pump TV. Who the fucking hell is that? Wer ist denn der Kassel gekommen? Ist die Arbeit geklautzt oder was? Was? Ah, sie hätte noch wenig leben. Ich glaube nicht, dass ich es geschafft. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, mit Schockern wäre es jetzt in dieser Situation ein bisschen einfacher. Oh, da ist jemand. Eigentlich wäre es jetzt einfach simultan angegriffen. So, ähm... Wird sie wahrscheinlich keine große Chance haben. Schauen wir mal zu. Können wir uns auch gut vorstellen, dass jetzt von rechts rein... Jaja, die pushen sie jetzt vor rechts. Vor rechts steuern. Ja, vor rechts steuern. Ja. Was war denn da? Workshop. Hier spiele ich Alibi. Ich verpisse mich nach oben. Habe ich auch die Richtung? Ja, habe ich. Gut. Oh mein Gott. Iron Pump TV. Wer ist denn das? Soll ich den kennen? Also. Sagt halt eben mir persönlich. Wirklich nur sehr wenig. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Nein, nein. Ich muss mich auf der Kratiehe. Ich muss mich auf der Kratiehe. So. So. Gut, nice. Du, 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 du. Du, du, du. Ich muss mich auf der Kratiehe. Ja. Tänne in Bezug. Inspekt die Biohackung. Inspekt die Biohackung. Inspekt die Biohackung. Oh. Magnet deploy. Magnet ready. Du bist in die Biohackung. Inspekt die Biohackung. Und das ist nicht so. Oh-oh-oh. Du bist schon? Du bist im Bezug. Inspekt die Biohackung. Du bist jetzt in der Welt. Das ist in der Welt. Ich bin auf der Seite. Der Weg ist auf. Er ist auf der Seite. Der Weg ist auf. Reload! Fiii! Are you fucking serious? I think I have 20 HP. Kill Cap. Kill Cap. Kill Cap. Kill Cap. She's alive. Ja, die Finca hat sie wiederbelebt. Hey, weisst du denn für ein dummer Sieg? Das ist ein bisschen so blöd. Siehst du, sie ist wieder... Ja gut, Sophia konnte wieder selber aufstehen. Aber egal ob Sophia selber aufgestanden ist oder die Finca wieder aufgeboostet worden ist es war dumm, sie nicht zu finishen. Oh! G, G, Body. G, fucking G. Ich bin der Travailer. Euhh... Er, mit der Ravafa? Quoi? Pfff... 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 He, das ist ein Deutscher. Ja, Schwester hört's. Was ist denn der Iron Pump TV? Weisst er... Ja, der... Ich hab noch nie etwas gehört. Jetzt fängt der irgendwie da... Italienisch schreiben. Und... Waaah... Junge, mit dem kannst du einfach... Also mit dem Ding... Wow... Let's Game Cliff... GG... Wo? Drohne? Wo? Dann, ähm... Wie soll ich dazu? Dann mach ich... Machen wir da so. Und, äh... Yep. Gut. Wat? Wie soll ich das? Ach... Wo? Das... Das... Was ist ja... Was ist... Okay... Also, komm! So, 4 vor die HP. Ich ziehe von der Leber, soll er mit Shockgun boot machen. Ich ziehe von der Leber, soll er mit Shockgun boot machen. Ich ziehe von der Pistole. Someone is east des. Finka is east des. Just running now. Hibana und Iron Stays. Ja, die Bahn macht da die Tür auf. Ich denke, es ist noch eine Halle. Hätte ich nur einen Valkyrie-Kern geworfen, oder was? Also, der Iron TV Wieso? Ich weiß nicht, was ich da war. Ja, ich finde ich eine Halle. Ich bin direkt in fronte von dir. Guck mal. Oh! Schön zu sehen. Da kommt sie gleich wieder. Sie wahrscheinlich weiß, wo Sie sind. Sie ist von links. Ah. Well. Sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Sehr schade. Sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Gott, ich bin böse Oblivious. Ihr sollt heute im Sinnerstag vergessen. Irony, irgendwas hätte doch geholfen. Vielleicht gibt's den ja wirklich. Das ist ja einfach ein bisschen. Ich bin nur auf jeden Fall auf dem Schaden. Ich bin nur auf jeden Fall auf dem Schaden. Aber es ist nur auf jeden Fall. Das hat mich nicht in der Fall, weil ich nicht in der Falle schade. Das ist gut. Ich bin nur auf jeden Fall. Ich bin nur auf jeden Fall. Hallo Wohooo Wollen wir mal etwas machen? Ich bin bereit Wow 0-2 Oh mein Gott Was sind denn da für Leute Gold 2 Es sind aber alle schon Ein bisschen Highleveler Besonders da dude Holy shit wie ist da? Und dann schon den Namen Der Jesus Jetzt Quiller Team sind Die 6 Gegner zuerst sind Voll 3 oder Also sowieso ist das für mich Dann habe ich meine Drohne in Wie heißt das nochmal? In Shishabu Wie heißt das Huca Lounge Auf Englisch Ach schweiß Ich versuche es aber immer nicht Nicht gut zu machen Oh scheiße Ich weiß nicht wo ich spawnen Hallo Wo ist es? Hier oben Hier ist nichts Hier unten müssen wir aufpassen Was da jemand raus Da kommt Da kommt einer von der unten raus Oh Oh Sie hat ja nicht Sie hat ja nicht Hey nein Was ist denn das hier raus Was ist denn das hier raus Was ist denn das hier raus Was ist das hier raus Echo hat 4 d.h.p Ja, genau. Wow! Das ist... ...spannendstes Spiel gesehen, wa? Mein Gott! So... Und jetzt noch so ein Adalpha-Packs aufmachen. Legendary! Was denn dann? Was denn dann? Hexetic Science... Mute... ...und... Oh mein... Ha! Schau mal schnell! Mute! Äh, Attack als Hauptsache! Mute! Aber dann bin ich auch schon glücklich mit der Waffe. Passt ziemlich gut, finde ich. Ähm... Oh mein... Ich hoffe auch nicht, ob ihr... Ich glaube dem könnte man sich auch gehen, oder? Ja? Also naja... Ich weiß nicht, dass die Waffe sind, oder? Aber... Ähm... Ich weiß nicht, dass die Waffe sind. So... Ich weiß nicht, dass die Waffe sind. 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 Oh mein Gott! Legendary! Was ist da los? Was ist da? Ich meine... Also ich sehe schon gleich los, aber... So... Ich habe es wieder für Dela... Dela hat schon eine geile Waffe zu gehen. Und... Sophia... Ja, okay... Vielleicht wird ja Sophia... Ich schaue mal, ja... Aber hauptsache ich bin Jackal, die Sepp... Ich meine, der sieht geil aus, der andere... Bäh... Ähm... Sophia... Hallo... Sophia... Sophia... Da... Ich meine, ich kann es jetzt mal anschauen, wenn ich das Bulldoze... Wenn ich sonst nochmal rauf... Wenn jetzt Silverleaf... Was ist denn da? Mein Gott... Wenn ich jetzt Silverleaf drauf tun... Nein, ich finde, der passt einfach nicht. Der ist zu hell. So... Naja... Muss beim Bulldozer sticken. Schon wieder Epic! Warte, fuck, ist da los? Wow... Ich bin so enttaschen. Wow... 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 Tch... Oh mein Gott... Are you serious? Ich schaue ja wahrscheinlich noch bei der Gravira... LOL... Eliteskin... Damn... Das sieht aber schon krass anders aus... He... Als jetzt... Als da... He... Wirds ja froh so... Da... So zusammenbunden und so... Da... Goddamn... Ob jetzt der rote... Der rote... Der Skin da passt mir überhaupt nicht... Da würde ich... Wider... Mein Dings auch nicht tun... Mein Totenkopf-Skin... Und da... Der... Brasilianische Skin... Oder was sonst... Ja... Yep... Wäre ich nicht... Geil... Müsst ja nur noch beim Rook... Da passt mir ja auch nicht... Der ist da von behindert aus... Fuck... Da... Ähm... Ja... Ah ja gut... Da hätte ich auch schon... Ähm... Der Royal Skin von dem... Ja... Ähm... Wäre ich schon fast in DNA... Der wäre... Der wäre... Der ist schon noch passabel... Ich finde eigentlich... Der Rook... Muss ich ganz ehrlich sagen... Finde ich... Seht hässlich aus Bidre... Rüchtig... Wunder kann... Aha... Er sieht aber... Überall kreisig aus... Man... Was ist da? Also da... Würde irgendwie... Am meisten ausgesehen... Finde ich... Naja... Ja... Naja... Naja...